Hallo und Salam Aleikum liebe Baalam und Sass Freunde und Hallo und Salam Aleikum auch in den Rest. Ich grüße dich recht herzlich zu einem neuen Video. Ich hoffe wie immer erstmal, dass dir und deiner Familie gut geht soweit, inshallah. Wenn ja, dann freut es mich natürlich. Ja, in etwas längerer Zeit mal wieder ein Video zum Thema Sass. Genau. Und ja, warum geht es in diesem Video? Erstmal, bevor ich auf das eigentliche Thema komme, würde ich noch eine Sache loswerden. Denn in meinen Livestreams, das hast du sicherlich selber bemerkt, wenn du mal dabei wärst, achte ich schon darauf, dass eine lockere Stimmung herrscht. Und es herrscht auch grundsätzlich immer eine lockere Stimmung. Und falls ich mal in dieser lockeren Stimmung etwas Falsches sagen sollte, ja, und du es falsch verstehen solltest, dann bitte ich das natürlich zu entschuldigen. Ich gucke immer, dass ich sehr auf meine Wortwahl achte, dass ich meine Worte weise, richtig wähle. Egal, ob das in den Videos ist, die ich mache oder auch in den Streams halt. Egal, weil es kann ja sein, dass der ein oder andere mal was falsch aufnimmt. Und das ist nie meine Absicht, um Gottes Willen. Also nur, dass du da Bescheid weißt. Und wenn das mir mal passieren sollte, dann ist es natürlich keine Absicht. Dann kannst du mich jederzeit darauf hinweisen. Und genau, dann bin ich das auf jeden Fall ja zurecht. Genau. Ja, worum geht es in diesem heutigen Thema? Also in diesem heutigen Video. Ja, eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist halt, ob man sich das selber beibringen kann. Natürlich kann man das machen. Ja, ich habe es ja auch mir selber beigebracht quasi sozusagen. Und viele machen das. Jesus ist ein Problem, vor allem wenn du es dir selber beibringst. Und vielleicht kennen das einige. Ich kenne es auf jeden Fall. Es ist jetzt so, dass ich seit mehreren Jahren Bala mal spiele. Und natürlich, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem ersten Monat und mit heute, liegen da natürlich mehrere Welten dazwischen. Das ist ja selbsterklärend. Aber diese Sache, die ich könnte heute, das habe ich auch in vielen Videos erwähnt, ein viel besserer Spieler sein, wenn ich viel mehr trainieren würde, viel mehr üben würde, so quasi. Weißt du, das Problem ist einfach, dass natürlich, wenn du dir selber beibringst und du machst jeden Tag gewisse Übungen und so, dann siehst du natürlich auch Fortschritte mit der Zeit. Natürlich, klar. Und ist ja völlig selbstverständlich. Nur die Sache ist halt die, dass du irgendwann an einem Punkt angekommen bist, also quasi, sagen wir mal, du kannst einigermaßen Lieder spielen. Du kannst jetzt Lieder spielen, die du spielen wolltest. Du freust dich, du denkst dir, ja, boah, es funktioniert. Ich kann jetzt einigermaßen gerade ausspielen. Dass man sich dann irgendwann auf diesen Erfolg einfach ausrückt, quasi, sage ich mal. Dass du einfach sagst, okay, ich kann jetzt Lieder spielen und dann versuchst du nur noch Lieder zu spielen, Lieder zu spielen. Und auch wenn du es dann vom Gehör kannst, du brauchst keine Noten mehr, dann freust du dich natürlich umso mehr. Dann sagst du, boah, gut, ich kann jetzt Lieder spielen, die ich will. Ich brauchst du nur zu hören. Aber, dass man dann dadurch quasi das Training, sage ich mal, vernachlässigt, ja, die regelmäßigen Übungen, die man tun sollte, auf jeden Fall. Das ist einfach das Problem so. Weil, ich sag mal so, egal ob du spielen kannst oder nicht, wenn du nicht spielen kannst, dann sowieso. Aber auch wenn du spielen kannst, darfst du nie regelmäßige Fingerübungen vernachlässigen. Denn, wenn du wirklich besser werden willst, wenn du wirklich sagst, so, boah, auch wenn du selbst Lieder zu spielen kannst, wenn du wirklich sagst, boah, ich will jetzt noch besser werden, ich will jetzt wirklich Gas geben richtig und so, ich will wirklich ganz nach vorne kommen, dann musst du regelmäßig, täglich Stunden lernen, Stunden üben. Und dann meine ich mal wirklich Stunden. Es reicht nicht, wenn du mal eben 10 Minuten mal so, mi fa fa sol, mi fa fa sol, mi fa fa sol, mi fa fa sol machst, ja. Es reicht nicht, wenn du, keine Ahnung, mal eben eine halbe Stunde, do re mi fa sol, sol fa mi de, do re mi fa sol, sol fa mi de. Als Beispiel einfach nur, ja. Das kann ja jede x-beliebige Übung sein. Du musst wirklich schon mehrere Stunden einplanen, das meine ich wirklich ernst. Und es ist sehr frustrierend teilweise, klar. Und natürlich will man lieber Lieder spielen, als irgendwelche Übungen zu machen, so will es mir nicht anders. Nur, wenn du wirklich weiter vorankommen willst, dann sind diese Übungen Pflicht, so. Denn deine Finger werden nur schneller, indem du regelmäßig gewisse Übungen machst, so. Genau, und das ist einfach. Und wie gesagt, ich weiß aus Erfahrung, dass man schon, wenn man, keine Ahnung, gewisse Übungen, ich mache jetzt mal wieder so eine Standardübung, mi fa fa sol, mi fa fa sol, dass dann teilweise nach 5 bis 10 Minuten die Finger, dass man das schon in den Fingern merkt, ja. Und in Stunden umso mehr. Und nur, ähm, wie gesagt, das musst du in Kauf nehmen, wenn du dir wirklich sagst, ich möchte weiter vorankommen. Ähm, weil irgendwann, wie gesagt, wenn du es dir selber beibringst, wenn du es einigermaßen kannst, kommt es einfach dann zu dem Punkt, ähm, wo du einfach keine großen Unterschiede mehr merkst. Weil, ähm, es ist jetzt schwierig zu erklären, ich versuch es mal zu erklären, so. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Weil du irgendwann das Problem hast, so. Ähm, also wenn du jetzt anfängst, heute hast du Spielen als Beispiel, ja, dann kannst du es natürlich nicht. Ähm, und du machst aber dann regelmäßig Übungen. Und nach einem Monat merkst du schon als Beispiel, hey, das sind Fortschritte, so. So, nach zwei Monaten merkst du dann noch größeren Fortschritt, nach drei Monaten noch größeren, äh, bis du dann irgendwann sagst, so, boah, ey, ich kann Lieder spielen, so, ähm, ohne größere Probleme. Ähm, nur das Problem ist dann halt, äh, wenn du dann noch weiter besser werden willst, dann merkst du irgendwann nicht mehr so diese Unterschiede, weil du es ja schon einigermaßen kannst. Verstehst du, was ich meine? Am Anfang, wenn du gar nichts kannst, und du kannst es dann immer besser, dann merkst du natürlich die Unterschiede, so. So, nur irgendwann kommst du dann an einen Punkt, wo du in der, äh, Entwicklung, und so geht es mir nicht anders, sage ich dir ganz ehrlich, wo du in der Entwicklung stagnierst einfach, ja, wo du dann quasi stehen bleibst, sozusagen, wo, wo die Kurve nicht weiter hoch geht, sondern sie stagniert einfach, ja, sie bleibt einfach so gerade. Weil du einfach dann, äh, gewisse Sachen vernachlässigst. Weil gerade am Anfang fokussiert man sich natürlich mehr auf die Fingerübungen, sollte man auf jeden Fall. Ähm, nur wenn man dann halt der Meinung ist, so, okay, ich kann es einigermaßen. Dann, ähm, lässt dieser Fokus nach, verstehst du, wie ich meine? Dann, äh, versuchst du halt nur noch Lieder zu spielen, und du, äh, fokussierst dich weniger auf diese Übungen. Nur, du musst halt diese Übungen machen, wenn du dir wirklich sagen willst, ähm, ich möchte weiter vorankommen, ich möchte noch besser werden, so. Ähm, genau. Äh, das ist einfach. Und wenn du auch diese Übungen machst, ja, wie gesagt, mehrere Stunden wirklich am besten wäre, und da möchte ich jetzt auch wirklich nicht übertreiben, wenn du, äh, drei, vier, äh, oder noch besser fünf, sechs Stunden wirklich gewisse Übungen machst, natürlich ist es frustrierend. Natürlich hat man keinen Bock drauf, so. Ja, äh, ich habe schon manchmal nach zehn Minuten, wenn ich gewisse Übungen mache, keine Lust mehr. Ähm, und dann ist es auch so, dass ich manchmal sogar die Übungen abbreche und dann einfach Lieder spiele, so. Nur, ähm, wie gesagt, man muss halt, äh, sich wirklich voll und ganz auf das Training fokussieren, wenn man wirklich weiter vorankommen will. Und das ist ja auch, äh, ich sage mal, das ist jetzt wirklich nicht das beste Beispiel, aber im Profisport ist es ja auch nicht wirklich anders. Fußballer trainieren ja auch jeden Tag. Sie trainieren ja auch Stunden, bevor es in ein Spiel geht. Sie sagen sich ja nicht, okay, wir können Fußball spielen, so, warum sollen wir noch trainieren, so. Ja, ähm, denn Fortschritt erreichen wir nur durch Trede, ja, durch Entwicklung. Und wir entwickeln uns halt nur weiter, wenn wir trainieren, wenn wir regelmäßig üben. Und, ähm, deswegen vernachlässige das nicht und, ähm, lege wirklich deinen Fokus drauf, damit du da weiter vorankommst. Ähm, genau, das einfach nur so als Tipp von mir und, äh, darum sollte es auch in diesem Video gehen, halt. Richtig, morgen werde ich dann, inshallah, äh, ein anderes Video machen, äh, über die Sass. Ähm, genau. Und das wollte ich einfach so mit dir teilen, mit dir loswerden. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen so Klick gemacht bei dir. Äh, und war erleuchtend. Und ich hoffe, es war soweit verständlich. Ich habe, äh, es versucht, so bestmöglich zu erklären, wie ich nur kann. Genau. Und vielleicht hätte ich doch das Licht anmachen sollen. Es ist ein bisschen dunkel, aber, ja, du konntest mich ja soweit erkennen. Und, äh, das ist das Wichtigste. Aber ich bitte natürlich trotzdem, ähm, die Lichtverhältnisse zu entschuldigen. Ähm, genau. Ja, will ich noch was erzählen? Ähm, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht. Ah ja, genau. Heute ist übrigens, äh, der 3. März. Also, ähm, Mittwoch, der 3. März, ähm, 2021. Und heute ist der 68. Äh, Todestag, äh, beziehungsweise heute, ja doch, heute ist der... Na, heute wäre Muslim Yerses, ja, 68 Jahre alt geworden. Bekannter Sänger in der Türkei, ähm, sein 8ter, äh, sein 8. Todesjahr, ja, äh, also so 8 Jahre, heute, genau 8 Jahre her, dass er gestorben ist. In dem Sinne, Allah rahmet er dessen. Mäkjana cennet dosum. Und, äh, genau, ein sehr bekannter Sänger gewesen, Muslim Yerses. Und, äh, Saigila Anurum an dieser Stelle. Genau, äh, das würde ich noch loswerden. Und ansonsten, äh, eigentlich nichts mehr soweit. Äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, äh, wann du gerade dieses Video auch immer siehst. Und, äh, wünsche dir soweit alles Gute, alles Liebe. Bleib gesund und möge deine Familie auch, inshallah, gesund bleiben. Bleib auf dem geraden Weg. Bleib vernünftig, vernünftig für dich selbst. Bleib, wenn möglich, musikalisch. Und, ja, ich wünsche dir nur das Beste vom Herzen. Immer. Bei allem, was du tust. Bis zum nächsten Livestream oder nächsten Video. Dein Baran.